so damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play von omsi 2 ja heute unterwegs wieder auf der map lano v4 die vor wenigen tagen erschienen ist und wir fahren wieder mit dem mercedes benz citaro c2 von dem x mit das schönes hond mod und ja wie ich sagen fahren weiter haben wir schon verspätung und los geht's soundboard verlink ich euch gerne in der video beschreibung wenn ihr wollt und ja ist echt cool ja 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 halt doch an gisselhof dorfgemeinschaftshaus er bringt einfach und biegt nicht ab gisselhof gasthaus vogel fahrlinie 450 nach rosenthal genau über neuhof fahren wir auch ja 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 morgen mach ich auch auf jeden fall mal ein video am sonntag denk ich auch wenn ihr was sehen wollt die woche ähm ja genau aber sehen wir auch gerade auf omni navigation ist die map halt noch nicht ganz komplett da weil ja das ist ja glaube ich komplett neuer abschnitt hier in neuhof und sowas ähm ja map läuft echt super ich meine wie gesagt bis auf verrückler aber ansonsten kann man echt nichts zu sagen das top mir gefällt sehr gut und joa ansagen paket habe ich auch reingemacht aber das gefällt mir nicht ganz so wirklich naja kann man machen muss man aber nicht so kommt schon seelbach kirche auch sehr schöne ort irgendwie hat was wo ist er Neinhof, LVZ. Oh, Grundschule fahren wir auch noch an. Genau. Ja, ja, umchen. 50 km war durch die Kurve und sie meckert, ey. Junge, Junge, Junge. Ja, ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist auch cool, ja Untertitelung des ZDF, 2020 Neunhof, Kirche Ach, hier ist das, ah ja Guten Tag Oh, kommt hier Grundschule Neunhof, Gornschule Neunhof, Gornschule Neunhof, Gornschule Gerbelbrecht, Landstraße Da muss man eigentlich bald da sein, theoretisch Obwohl, dauert noch, jawohl Doch, Rosenthal, Gewerbegebiet kommt da schon Ja, entspannt Und wie sagt er immer, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren Über jedes Abo freue ich mich sehr gerne Über jeden Like auch tatsächlich Und ja Ich versuche mal, dass immer alle sechs Tage, alle sieben Tage so ein Video kommt Von, ob sie zwei Simulatoren wie auch immer Und ja Genau Kerbelbrecht, Pizzagar, okay Genau, da hinten kommt schon Rosenthal Jetzt fahren wir erstmal geradeaus Dann da hinten rein Ja, gefällt mir Sehr schick Sehr schön Kommt der Ort Jaguar Ich kann ruhig Aber Ar Disease Ich bin D Ich bin Entagt Ich bin Ich bin Kerbelbrecht am Pitzacker Pulse time Gewerbegebiet Also ein bisschen was los da Es sind auch ein paar Leute unterwegs Läuft, läuft, läuft Läuft, läuft, läuft Läuft Horsetal, Hessenweilcenter, Fahrtende, bitte aussteigen. Vespas terminates hier, anyone change please. Hoppala. So, jetzt sind wir auch am Endziel. Wollen wir jetzt gucken, hier mal reinpassen. Sieht, denke ich, ganz gut aus. So. Aber würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ja gerne ein Abo da. Daumen hoch oben, bis jetzt bis nächstes Mal. Macht's gut und tschüss.